Hey, grüß dich! Schön, dass du hier bist. Ich glaube, dass viele von uns, und wahrscheinlich auch du, sonst würdest du dir dieses Video nicht ansehen. Viele von uns hatten in den letzten paar Jahren ein Verweckruf erhalten. Privat, beruflich, gesundheitlich oder spirituell. Und damit hat wahrscheinlich auch deine Suche angefangen. Und dann hast du dich in einem Dschungel an Informationen, Wirrwarr und zahlreichen Angeboten wiedergefunden, oder? Und wenn es dir so geht wie vielen anderen Menschen, dann weißt du nicht genau, wo du anfangen sollst. Ich bin Anja Maria Stieber, Top-Coach und Mentorin für Führungskräfte in namhaften internationalen Konzernen. Seit über 23 Jahren bin ich als Coach im deutschsprachigen Raum etabliert. Damals war ich noch eine Exotin in diesem Beruf und bis heute habe ich fast 20.000 Coachings begleitet. Und das ist echt viel. Und weißt du was? Davon kannst du jetzt profitieren. Im Moment bin ich tatsächlich richtig aufgeregt, denn ich habe ein Programm entwickelt, das sich Live Shift nennt. Und der Grund, warum ich dieses dreiteilige Trainingsprogramm Quantum Shift entwickelt habe, ist relativ einfach zu erklären. Ich will so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass sie glücklich sein können. Und dass sie wirklich in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu erschaffen. Ich habe es erlebt. Mit diesem Training biete ich dir eine kostenfreie Gelegenheit an, damit du Schwung, Motivation und ganz viel Klarheit bekommst, um ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen. Klingt gut? Alles, was du jetzt tun musst, ist, dich hier unten anzumelden und du bekommst sofort eine E-Mail von mir. Und du bekommst auch einen Link zu diesem kostenlosen Workbook hier. Und ein paar Überraschungen habe ich natürlich auch noch im Gepäck. Ja, soweit erst mal. Ich persönlich kann es kaum erwarten, dass du dich den vielen Teilnehmern anschließt und mit mir dein neues Leben einläutest. Ich will dich dazu inspirieren, mutig zu sein und einen ehrlichen Blick auf dein Leben zu werfen. Wir planen gemeinsam deine Reise und wohin die Reise gehen soll und wie du in die beste Zeit deines Lebens startest. Ja, und wenn dich das angesprochen hat, dann sehen wir uns im Kurs. Tschüss!